Das freut uns doch sehr. Eine Zugabe jetzt schon. Okay, wir kommen zur ersten Zugabe. An der Stelle, wie sieht's aus? Wir sind auf dem Festival. Wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Es gibt ja immer diese Geschichte, wo man in der Mitte so einen Platz macht. Und dann rennt rechts voll und links rein. Habt ihr auf sowas Bock? Ich hab nichts gehört. Habt ihr Bock oder nicht? Damit Zeit. Links und rechts. Wir bedienen hier alles. Alles, was geht. Der nächste Song ist auch auf unserem Aktuellen. Oh Gott. Übrigens strengt euch an, die Fotografen halten immer dann drauf, wenn der Kram in der Mitte ganz groß wird. Hier sind tausend Kameras, die nur auf euch abfeuern. Ja, ja, machen wir gleich. Ich hab immer an der Stelle ein klein bisschen Angst. Um euch, nicht um mich natürlich. Der Song heißt Ich muss da eine Kiste klauen, Fotograf. Ja, ja, kommt gleich. Der Song heißt Bury my shell, that who did me. Ich zähl bis vier und dann rennt ihr euch die Köpfe ein, okay? Habt ihr das mitgekriegt? Auf vier geht's los. Was denn jetzt mit mir? Ihr müsst doch da knipsen. Kannst du sofort, sofort.